Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von Fortnite. Heute zum ersten Mal ein Facecam und ich hoffe, es gefällt euch. Oh, das ist ein schöner Labyrinth unter uns. Willst du nicht direkt hin? Ich weiß genau, was es ist. Exakt, du kannst den Rollen erreichen, oder? Hallo! Ja, perfekt. Er ist schon ausgesprungen. Hast du gesagt? Wo hingehen wir in der schönen Stadt? In der schönen Küstebäum. Wo ist denn der? In der mitten. In der mitten? Ah, da ist das Bäumchen. Der ist ja größer als unser Baum daheim. Ich stelle mal so einen großen Haus auf. Ja, wir können da draußen auch nachstellen. Aber es sind Kisten diesmal, glaube ich. Ja. Ich glaube, da hat noch einer. Aber es ist nur eine Kiste. Ich glaube. Wenn ich die Munition gekriegt hätte, hätten wir die Waffen, obwohl er auf die Waffen hat. Ist da wer? Ja. Ja. Ich komme. Fuck you. Er hat halt eine bessere Waffen. Ich komme nicht mehr an. Ich komme nicht mehr an. Ich bin auf und auf, Alter. Ich gehe hinten durch. Er ist hin. Er ist hin? Nein. Was will ich machen mit meiner HP? Ich gehe hinten in die nächste Buche. Da kann ich nicht mehr gehen. Ich bin der Munition, aber ich hasse diese Waffe. Ich komme nicht mehr an. Ich will nicht mehr an, Alter. Ich gehe hinten durch. Verstehung. Ich will nicht. Nein, jetzt will ich das mit meiner HP. Alter, jetzt rühne ich was Gutes. Holy moly. Das war knapp. Dass es noch gut gegangen ist. 10 HP gehabt. Jetzt wird mein Leben langsam gereckt. Wegen einem Trank. Darum schießt du ja? Wo bist denn du? Ich renne mal um mich, wo du schießt. Alter, du explodiert alles. Der hat einen Raketenwert anscheinend. Wo, wo, wo? Hm? Ist er da hinten geschießen? So. Liegt am Boden und duzt da mal. Boah. Da ist einer. Vor mir. Willst du ihn nehmen? Er ist schuld. Er ist im Haus. Er ist oben im Haus. Es rennt einer vorbei von uns. Er looted. Er ist unten. Er ist unten. Er ist unten. Er ist unten. Auf einemníท Hangd 유 weisen. Er ist unten im Haus. Er ist unten in Auffy. Er ist unten unten. Er ist unten in Auffy. Er ist unten im Haus. Er ist unten in Auffy. Alter, neiser Loot. Du hast anverbrannt. Bitte. Ich komme mal einer. Ich glaube, das ist viel sicherer. Über Bugelgranate und Raketenwerke mit einem Schuss. Ah, das ist verbrannt. Ich habe es gerade noch gesehen. Danke. Da hinten waren welche früher. Wir haben diese Schuss vorbeifahren. Echt? Hm. Ich glaube schon alles gelungen. Ich glaube noch nicht ganz, aber... Schüsse. Oh. Da war unsere steht. Anscheinend er schießt selber. Gehen wir da um mich? Oder ich weiß nicht. Oder gehen wir die nächste Stadt vorn. Da ist es nicht. Die Richtung passt. Ich habe genau 100 Leben. Also mit Schild, wenn man das so rechnet hätte. Schüsse. Jawohl. Ich schaue eher so aus, als wir auf der Seite sind, wo nicht unsere Freunde sind. Außer zwei Leute oben auf der Map. Ja, drüben liegt noch was. Autoshotgun. Ist auf jeden Fall besser als das Ding. Nice verbändet. Das ist gut. Ja. Da sind unter mir, da ist der Gegner. Ich habe Boogie-Gonate. Nein. Ich... 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 Ich mache dann selber Boogie. Er macht Boogie. Ich will lieber gar nicht. Jetzt macht er nicht mehr Boogie. Aber er hat einen Shotgun. Adam. Aber ja. Ich kann nicht alles si- ich zu mir geben. Nein, er will mich hinmachen. Er ist hier. Er ist vor mir. Er hat keine Art. Unter dir. Genau unter dir. Der Philipp hat es heimlich geübt. Heute raved alles. Da sind wie die Treppe auf. Ich renne aber doch heute Abend. Nein, er ist links neben der Treppe vorbei. Er ist geschwungen. Und dann ist er hinter dir bei der Treppe aufgeschwungen. Da war gerade irgendwo der Shield dran. Achtung. Scheisse. Es ist drin. Er hat S vor mir. Der ist genau. Unter dir, genau unter dir. Das sind die Hälfte. Ich habe einen Raketenwerfer und eine Granatenwerfer, du kannst gerne eins von deinen haben. Hey, das heißt, wenn die... Ich kann... Nein, das war wahrscheinlich nicht. Doch, Alter, da ist wahrscheinlich doch was los. Hey, er hat ihn, glaube ich. Aber ich schaue trotzdem noch einmal nach. Immerhin kann der ein Verloot gehabt haben. Der ist ein Sniper, wenn du da haben willst. Alter, die Verlooter nachher. Gern mal zusammen da, ja. Oh, der schießt schon wieder. Der ist doch schon gelootet. Wollen wir zu den Fightcheinen, immerhin ist das in der Zone. Ja. Wollen wir eher von links oder rechts? Der Sniper sagt, wenn du ihn siehst. Ja, gehen wir bei dem Haus bergauf durch. Ja. Du hast den Sniper und lieber gut zu fahren. Und deck mich ein bisschen von hinten. Seid du da? Ja. Da drüben ist Loot auf jeden Fall. Aber es knallt eher rechts von uns im Westen. Ich weiß nicht. Ich sehe es eben, Süden. Süden? Wie lange dauert er denn noch? Hey, das ist ein Freund von uns. Ja. Oh, im Stil. So, die Wände wird auch gestürzt. Ich hab da ein bisschen berühmte Platz fahren gebaut, oder? Oh, ich hab da eine Ablegung gebrochen. Der war auch haste. Ach, jetzt ist er. Oh, ist er mit dir? Oh, ist er mit dir? Oh, ist er mit dir? Die haben wir wieder. Sehr helpful. Nice. Alter, überall knallt. Nice, ich hab einen. Bing spammt auch. Im Haus, da wo ich hinschießt. Siehst du die Schüsse? Im Süd-, 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 Süd-East nochmal. Oh, die schießt eine Rakete, Junge. Mhm. Daher, gar nicht. Oh, die schießt eine Rakete, Junge. Mhm. Daher, gar nicht. Das hat nicht für ihn gemacht. Da sind aber zwei bis drei Leute. Da rennt noch einer. Ah, im Rennen ist das so schwer. Nice. Scheiße, nix von uns. Ist einer unten oder was? Unten, ja. Ich reizte dich mal, siehst du denn? Siehst du das? Kannst du auch schon halten? Ja. Nice. Scheiße, nix von uns. Ist einer unten oder was? Unten, ja. Ich reizte dich mal, siehst du denn? Siehst du das? Kannst du auch schon halten. Ja. Sag, wenn er kommt. Aber du hast noch genug Leben, oder? Ja. Ist einer unten oder was? Okay. Ist einer unten, ist der Katastrophäe. Er hat mich. Arda, scheiße. Scheiße, intents. Dreimal hart Leben, aber er lebt auch immer. Ist einer unten oder was? Okay. Ist einer unten, ist der Katastrophäe. Er hat mich. Arda. Oh, wir liegen da. Wir liegen drei Leitsch. Es ist der Letzte. Es ist der Letzte. Es ist der Letzte. Es ist der Letzte. Nice. Stau zu nach Conan. GG. GG, Alter. Nice. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschuck. Servus. Abo. Vor assistance. Vertraue. INDISTINCT